Ein frisches Sky High meine Freunde und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge Let's Play Rocket League. Ja, wir spielen heute mal wieder weiter, wie jeden Freitag. Und ja, es kam jetzt ein neues Update raus mit einer neuen Map und einem neuen Auto, was man hier gerade rechts sehen kann. Das Auto habe ich noch nicht, auch wenn ich eigentlich immer der erste war, der sich die Autos geholt hat. Und es gibt auch noch eine neue Kiste. Ich habe die, glaube ich, aber gar nicht, oder? Da muss ich gerade mal gucken. Ich bin nämlich nicht sicher, ob ich die Kiste habe oder nicht. Nee, die habe ich nicht. Aber es gibt auch wieder so neue Items, die man bekommen kann. Gerade jetzt zur Weihnachtszeit gibt es wieder neue Weihnachts-Items, wie zum Beispiel hier den Nussknacker. Und gab es sonst noch was, glaube ich? Nee. Der Rest ist noch von letztem oder, ja, von letztem Jahr Weihnachten. Da hatte ich auch schon Rocket League gespielt und deswegen habe ich die da noch. So. Und ich würde sagen, wir spielen einfach wieder heute ein Rank-It. Was? Nichts als lauter Netze. Warum steht das da so mitten drüben? So. Einzelstandard. Einzelstandard 3 gegen 3. Gut. Und das Interessante ist, jetzt seit dem neuen Update kann man jetzt hier auch bei der Spielsuche nach Arenen suchen. Das heißt, die Arenen, die man haben will, ja, kann man hier mit A liken und bekommt die dann auch. Und mittlerweile sind jetzt auch die neuen, äh, die Rocket Lab Maps sind jetzt auch bei den Standardspielen mit dabei. Also jetzt bei den, ähm, ja, normalen, ungerankten Spielen. Ist jetzt auch die, äh, sind jetzt auch diese drei Maps hier dabei. Doppeltor, kosmisch und Säulen. Hier Sternbasis Arc ist die neue Map. Ich habe die selber noch nicht gespielt. Also vielleicht kriegen wir die jetzt im Rank-It. Mal schauen. Und ich würde sagen, wir suchen einfach mal nach einem Game. Und hoffen mal, dass es nicht zu lang dauert. Denn meistens war es so nach einem Update, waren immer die Server ziemlich lange down. Und das hat dann immer eine ganze Weile, das habe ich gestern schon gemerkt, wie ich mit ein paar Kumpels gespielt habe, war das Problem, dass wir ewig lang gewartet haben, bis wir endlich mal, bis wir endlich mal ein Game gefunden hatten. Und, ja, es ist meistens nach den Updates, dauert es ziemlich lange. Und es fehlt jetzt hier nur noch ein Spieler, oder zwei. Ich sehe gerade nichts, weil da immer noch lauter, was hier mit den lauter Net, nichts als lauter Netze steht. Deswegen kann ich da nichts zu sagen. Aber Beitritt läuft, also müsste eigentlich was gefunden sein. Okay, nee, Error. Irgendein Error, den ich nicht lesen kann, weil da dieses scheiß Ding drüber ist. Okay, jetzt haben wir was gefunden, würde ich sagen. Hoffe ich. Wir gucken derzeit noch mal nach meinem Auto. Okay, und es geht auch schon los. Nice. So. Ich bin wieder der Einzige, nee, im Gegenteam ist auch noch einer, der auf dem PC spielt. Die ganzen mit PSY Net sind alles Spieler, die über Konsole spielen. Also heißt es Xbox oder PS4. Und, ja. Schön gemacht. So, dann gucken wir mal, was die Teammates heute so können. Für mich ist selber wieder die erste Runde am Tag, deswegen kann es ein bisschen sein, dass ich ein bisschen scheiße spiele. Oh, Mist, da hätte ich da sein sollen. Dann hätte ich den reinschießen können. So, den haben wir noch bekommen. Oh, und da war noch ein Gegner. Und uns ist keiner hinten, dann fahre ich mal hinter. Oh, shit, das war so ein Assi-Ball. Oh, Mann. Da hätte ich noch ein bisschen schneller sein müssen und hätte den reinbekommen. Aber das kann man nichts machen. Es ist manchmal einfach so, dass man zu den Bällen nicht hinkommt oder die einfach nicht reinschießen kann. Weil der Gegner dann meint, genau in dem Moment müsste er jetzt einen Ball fahren. Und das war ein sehr schöner Ball. Und nice, haben die reingeschossen. Guter Schuss. Müsste seine Teammates immer loben, wenn sie was gut gemacht haben. Oh, World and... Ey, da steht ja was von World Championship. Schießer? Ne, was steht denn da alles? Ich kann es gar nicht so genau lesen, aber ich gucke es mir gleich mal an. Wenn wir die Zeit dazu haben. Das waren ja die letzte Woche auch die World Championships in Rocket League. Also die Weltmeisterschaften. Und da war glaube ich Flipside Tactics, soweit ich das weiß. Ich habe mir das nämlich ein bisschen angeguckt, wann Flipside Tactics sind Weltmeister geworden. Oh. Ja und hier, Greasy Master, guck's hier. Ja, guck's hier, ist der Freestyle Master in dem Spiel. Würde ich jetzt einfach mal behaupten, dass er, er kann es auf jeden Fall ziemlich gut. Ich weiß nicht, ich wüsste jetzt keinen, der es noch besser könnte als, guck's hier. Oh shit. Da habe ich einen Fehler gemacht, da habe ich nämlich den Ball nicht getroffen. So. Nice. Na, wann machen denn die? Oh, hoppala. Oh, fuck. Deine spielt den Triton. Das ist so ein Auto, mit dem konnte ich mich nicht so ganz anfreunden, weil das diesen hässlichen Sound hat. Und von der Hitbox ist es jetzt auch nicht so der Hit. So, und dann machen wir den ganz einfach rein. Wenn die Gegner einen Fehler machen, müssen die gepanischt werden. Schau mal, ob guter Pass. Alles klar. Haben wir den Gegner ein bisschen weggekickt. Alter, das war eine Safe Parade. Ich habe gerade nicht mal selber gedacht, dass ich die so hinkriege. Oh, fuck. Zum Glück hast du den nicht getroffen. Wenn ich den getroffen hätte, wäre der drinnen gewesen. Aber halt bei uns, nicht bei den Gegnern. Oh. meine Outplay-Taktik nicht so ganz funktioniert. Oh, da hat er mich weggemacht. Nice. Und der Mate hat den Ball reingekickt. safe. Na, ist gut gepasst. Darf man sich auch mal selber loben. da bin ich nicht hingekommen. So. Wir dürfen jetzt keine großen Fehler machen, dass wir die Bälle jetzt einen nach dem anderen reinbekommen. Oh, shit, alter. Was war das denn für ein Move? ist da jetzt einfach nur noch die Fenton. haut den weg. Nice. Oh, das hat er mich ein bisschen weggedrängt, aber egal. Gut gespielt. Für alle, an alle. Haben sie gut gemacht. Muss noch mal sagen. So, momentane Klasse. Herausforderer 1, Liga 3. Okay, wir suchen noch eins, denn wir machen wieder heute eine Doppelfolge, sag ich mal. Machen wieder zwei Spiele, außer es dauert jetzt zu lange beim Suchen, dann lassen wir es bei einem. Aber, ja, werden wir sehen. Je länger du wartest, zum Beispiel, werden für dich gesucht. Was ich jetzt interessant finde, man kann jetzt nämlich auch im Hintergrund nochmal die ganzen Tore und sowas sieht man jetzt nochmal im Hintergrund. Oh, das war mein Tor. Nice. So, Beitritt geht los. Nächste Runde. Oh, das sehen wir sogar auf der neuen Map. Nice. Ach, das war die Map. Okay, die haben die habe ich schon mal in Rocket Labs gespielt. Und jetzt haben die die anscheinend neu aufgemacht. Ey, der GCC Ruli, ey, der war doch gerade eben schon in dem Game drin. Aber ich muss sagen, die Map ist mega geil. Und da ist auch schon das erste Tor. Ach, das ist ja mal oh scheiß. Die Map, mega geil. So, aber ich, ja, Virgin on this Map ist halt, ich habe die halt bloß schon mal eben Dings gespielt. Oh, da bin ich nicht hingekommen. In Rocket Labs war die drin. Und deswegen da habe ich die schon mal gespielt. Es ist halt das Problem, du hast sehr viel Platz in der Mitte. Und es ist da glaube ich das große Problem auf der Map. Weil die Ball einfach überall rumfliegen. Oder der Ball. Ist ja nur einer. Oh, shit. Made. Ja, fast. Jetzt muss schnell hinter. Okay, der andere ist schon da. Ja. Ja. Lol, da kam gerade noch. Ich weiß ja nicht, wo der gerade herkam. Aber das war gut gespielt. Hat er gut abgewehrt. Also die Map ist schon ein bisschen, sieht geil aus, aber ist zum Spielen glaube ich ein bisschen problematisch, weil diese groß ist. Oh, shit. Ne, da komm ich nicht mehr hin. Da kann man nichts machen. Das ist halt ein bisschen das Problem auf der Map. Aber da hat der, ja, der hätte ich mir jetzt sagen sollen, dass ich den Ball habe oder so, keine Ahnung. Egal. Ne, probieren es einfach nochmal. Wir haben ja noch 3 Minuten 32 Zeit, um den Ball in das blaue Tor reinzuballern. Go go Mates. Das ist durch die vielen Ecken fliegt der Ball halt voll scheiße. Okay, da hat mein Auto gebuckt. Würde ich sagen. Ich bleib mal hinten. Lol. Okay. Was war das denn? Das muss ich jetzt nochmal angucken. Lol. Ich hab den in die Ecke gehauen. Aber ich hätte ihn fast gehabt. Nee, da, oh. Oh, shit. Da hab ich mich aufgepasst. Die passen ziemlich gut, hast du das Gefühl. Weil der eine spielt immer in die Mitte, wenn der andere da ist. Oh, fuck. What, what the hell? Was war denn das für ein Ball? Okay, der geht am Tor vorbei. Aber der war ein guter Schuss von dem, muss man mal sagen. Man muss auch mal die Gegner loben, wenn die was gut gemacht haben. Na, den hätten wir reinschießen können, theoretisch. Oh, Mann. Zum Glück war ich schnell genug da. Oh, shit. Lol. Da bin ich vorbeigeflippt. Oh, da war noch der andere Mate. Egal, da haben wir den. Ich glaube, wir haben den gerade ein bisschen an seinem Ball gehindert. Mist. Oh, Mist. Oh, Mist. Es ist von uns keiner hinten. Und mein Auto macht gerade, was es will. Aber ich habe den Boost. Ja, das Game haben wir verloren. Aber hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ähm, so. So, wieder Liga abgestiegen. Aber das macht uns ja nichts. Wir gehen zurück zum Hauptmenü. Und, ja. Das war es mal wieder von einer Neufolge Rocket League. Aber, halt, Moment. Mir fällt gerade noch was ein. Für die, die es noch nicht kennen. Es gibt jetzt... Ne, da will ich doch gar nicht hin. Ey. Wieder raus. Nice. Okay. Rocket League funktioniert nicht mehr. Inblicburde. ös은 egal. Scheiße. Schlau looks. bis altlauk. Also älvain bet�� Griff 39xЧ із zhou. Vielen Dank.